Geht das? Hallo. Was machen wir? Weiß ich nicht. Wir fahren zur RPC. Das ist eine Treppe. Oh, Kutter ist auch dabei. Sag mal Hallo. Hallo. Möchte aber nicht, dass man ihr Gesicht sieht. Danny ist dabei. Der wurde schon so oft gesehen. Ich glaube, es ist ihm auch egal. Und ja, wir sind jetzt hier in Köln und sind gleich dann drin in der RPC. Ich habe gar nicht angekündigt, dass wir da irgendwie ein Treffen oder irgendwas machen könnten. Deswegen tweete ich das gleich einfach mal. Mal gucken, ob zufällig jemand da ist. Aber ich rechne nicht unbedingt damit. Aber ich dachte, ich nehme trotzdem die Kamera mit. Dann habe ich auch ein Video für morgen. Heute vielleicht. Wulff. RPC. RPC. WURK. KADOO. Oh. Jacke. Oh. Oh. Ich glaube beim Frisil. Nein! Tartoffe! Ich kann auch mal, wo wir hier drinnen sind jetzt filmen, wir haben hier ganz viele Waffen schon geguckt und es wird echt toll. Und das ist voll cool und so. Und ja, wir haben ja eigene HTE T-Shirts und zum Beispiel das Kill Em All T-Shirt von Assassin's Creed. Wo es mich etwas wundert, weil es nicht unbedingt das Kredelassassin ist, aber... Oh yeah, da ist Team Skull. Bromley und Schwester Fran. Seid das noch eine Skull-Rüpel hin. Und hier ist Rebilo. Der darf mit seiner Augenfarbe sehen. Mit dem roten Licht von der Kamera ist es mega gut. Da war ein sehr cooler Spartaner. Ich habe leider zu lange gebraucht, die Kamera rauszuholen, um ihn wirklich richtig gut aufzunehmen. Das ist ein wenig bedauerlich. Aber naja, wo sind denn jetzt eigentlich die anderen alle hin? Äh... 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 Eine gute Frage, eine gute Frage. Ich werde sie schon wieder finden. Ja, aber es... Ja, ja... Wird kein Harztreffer. JUP! Ich stelle fest, dass die Kamera Darth Vader nicht als Gesicht erkennt. Squeaker! Jetzt sitzen wir hier gerade. Es ist kurz nach vier. Wir haben jetzt alles gesehen, so ziemlich. Danny hat sich noch keine Axt gekauft. Aber was macht er vielleicht noch? Ja... Wir wiederholen sich noch einen Gehstock. Es wird aber ein Fleischspieß. Wir haben einen Fleischspieß gegessen. Ja, das ist ja... 18... Stockbrot! Kein Wortmann Soll ich mir gleich besser ziehen werden? Ich weiß nicht, ob man dich verstehen wird oder besser verstehen wird als ihn. Und damit zurück ans Studio. Und so machen wir uns denn auf den Rückweg. Und das bedeutet, dass wir jetzt fertig hier sind und uns verabschieden. Wir haben natürlich jetzt keine Leute, die eventuell hier gewesen wären, getroffen, weil wir das nicht wirklich angekündigt haben. Wie ich am Anfang des Videos sagte, was für euch wahrscheinlich nur zwei Minuten näher ist, weil ich nicht sehr viel gefilmt habe. Aber es war spaßig hier. Kann man wieder machen. Das bedeutet, für alle, die das gucken, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich wieder hier sein. Und mit diesen Worten... Sohn und Brille. Verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.